Jo, hab genug Platz. Was machst du denn? Hier ist Clay. Ach, Clay. Aua. Es regnet nicht, oder? Oh, dacht schon. Bei mir nicht. Das Geräusch. Alter. Ich hasse Regen, wie die Pest. Was kann man nochmal mit Federn machen? Äh, Bögen bauen. Mehr nicht. Und ich glaube... Ja, aber nur in den neuesten Snapshots. Den haben wir noch nicht. Kann man Dings bauen. Bau, äh, ein Buch mit, du weißt schon, Feder zum Schreiben und so. Lol. Deswegen sind auch Chickens eigentlich total nutzlos. Und es wird Nacht. Great. Right. Äh... Oh Gott. Okay. Warte. Nein. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Alleine, ich glaube. Ich muss in diese Richtung. Ja, in die Richtung muss ich. Also hast du einen Rückweg gefunden? Was? Hast du einen Rückweg gefunden? Redest du mit mir? Redest du mit mir? Ja. Ja, so halbwegs. Ich weiß zumindest, in welche Richtung ich gehen muss. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich Leben zu Hause ankomme. Wieso? Äh, weil ich noch zwei Hungerteile habe und nichts mehr zu essen. Ja, aber du stirbst ja nicht durch das Hungern. Nein, aber es wird Nacht und dann habe ich noch irgendwie dreist 0,5 HP oder so und dann macht's... Ich bin tot. Und ich kann auch nicht weglaufen. Warum bist du eigentlich so weit weggegangen? Langeweile. Langeweile? Was soll das heißen? Wir haben immer was zu tun. Nein, das war ein Scherz. Wenn du das dann siehst, was ich hochlade, dann weißt du, was ich gemacht habe. Ja, okay. Ich könnte es dir auch einfach erzählen, aber... Nein, nein, ich will jetzt Spannung hören. Okay, ich habe eine Katze gesucht. Warst du im Jungle? Ja, haaa. Ah, Zombie! Na gut, es war doch was Sinnvolles. Ja, aber ich habe keine gefunden. Ja, und? Ist doch egal. Wir müssen nochmal zusammen los oder ich gehe nochmal einen anderen Tag los. Ja, aber dann musst du auch den Rückweg merken. Ich weiß den Rückweg. Aua! Okay, okay, ich dachte, ich weiß nicht. Egal. War schön mit euch. Aua. Was zum Teufel, man? Ja, wenn ich nicht mehr weglaufen kann, was soll ich denn machen? Ach, finally. Aber mein Schwert war eh zerbrochen. Also von daher. Fertig. Wo bist du denn? Da vorne bist du doch. Guck's dir an. Was? Alles frei. Keine Bäume mehr, keine Hügel, was auch immer. Nice. So. Kannst du mir bitte sagen, was wir jetzt machen sollen? Warum habe ich Golden Apples in meiner Chest? Ja, weil ich die da hingelegt habe. Wir haben Golden Apples. Noll, woher hast du die denn? Wir haben Gold gefunden und gemacht. Noll. Aber die solltest du nur einsetzen, wenn dir sehr viele Herzen fehlen, gerade im Kampf und so. Kohle. Da bist du. Was wir jetzt machen sollen? Jo. Also ich bin erstmal dafür, dass wir ein bisschen Vermehrungspolitik betreiben. Kannst du ja machen. Wir haben ja aber noch Weizen. Kannst du ja... Sprich, paar Viecher anlocken. Warte, ich glaube wir haben Bones hier. Ja, wir haben drei Bones. Moment. Und damit machst du Weizen und lockst mal die ganzen Tiere an. Aber erstmal schlafen wir. Ich höre... Du hast mich gerade runtergepusht. Oh man. Vitamero was shot by Skeleton. Was slain by Enderman. Was slain by Spider. Lol. Das ist das, was bei dir steht? Jo. Ich muss mal eben meinen Trinken aus dem Schulranzen holen hier. Ja, aber dann müssen wir auch irgendwie mal ein Gehege für die Mistviecher basteln. Ja, ja. Wir haben genug Holz. Kannst du alles machen. Ich habe ja mal eine Sache zu tun hier. Als wenn ich sonst nichts zu tun hätte, ne? Ja. In den Jungle zu rennen, eine Katze zu suchen und sich selber umzubringen. Kann ich doch nichts für, dass da keine Katze war, ja? Ey, wo haben wir denn genug Holz? Äh, wir haben drei Stacks Holz. Guck in der großen Chest. Ach, da oben. Mann, ist das ein schönes Gefühl, wenn man ein blödes. Hatte ich auch manchmal. Aber dann, äh, bin ich aufs Gymnasium gewechselt. Auf einmal war ich schlau und aber das Leben war langweilig und, naja. Du redest eine Scheiße. Yep. Aber ich mag dich trotzdem. Das freut mich. Äh. Oh. Entschuldigung. Scheiße. Reflexe. Kacke. Oh, damn it. Really? Alter, es sind hier viele Blumen. Scheiße, jetzt hab ich grad aus Versehen Leitern gemacht. Wie viele? Nein, also ich hätte sie fast gemacht. Ach so, gut. Ich mein jetzt nur, wenn du jetzt, äh, einen ganzen Stack Locks irgendwie für Leitern verbraten hättest, hätt ich dich sowas von gekillt mit nem Feuerzeug. Okay, wo soll ich die, soll ich die hier so neben dem Feld links machen, oder was? Kannst du auch machen. Kannst du auch das Feld verschönern, wenn du willst. Weißt du, was du auch mal machen kannst mit den Schwa- Oh, hat jemand schon Perl-Pokemon-Musik, ist so cool. Oh ja. Meinst du, ich soll jetzt hier mal so einen Zaun ums Feld ziehen, oder was? Äh, kannst du machen, dauert ja nicht lang. Wir haben genug Holz, aber mal sowas von. So. Ich würd sagen, so ab hier. Ups. So. Nein, so. Wie macht man denn eigentlich so ein Tor überhaupt? Äh, genau, sehr wie eine Fence, nur in der Mitte dann halt zwei Holzbalken. Also Holzplanks. Links, rechts, äh, vier Sticks, du weißt schon. Und in der Mitte zwei Holzplanks. Kommt so ein, so ein Fence-Gate dabei raus. Irgendwie macht der Baum das ein bisschen hässlich. Der Baum? Ja, der Baum. Töte ihn. Den Baum. Ihn. Du kannst den Baum töten. Ich will aber nicht. Gar nicht so einfach mit mir, ne? Das ist total schwer. Oh, scheiße. Was denn? Ja, ich mach hier so so ein Ding kaputt, ey. Und dann mach ich da auf einmal so ein anderes Ding kaputt. Frag nicht. Äh, lass mich raten, du hast ein Weed umgehauen, so. Ja. Okay. Halb so schlimm. Haben wir nur noch 20 andere. Oh. Oh, boah, du dämliche Scheißkuh. Boah, hast du mich erschreckt, ey. Musst du immer gleich so aggressiv sein. Diese dämliche Wichskuh. Hallo. Also, redest du jetzt in Minecraft oder schreibst du gerade mit deiner Freundin? Ex-Freundin. Nee, dann hätte ich nicht Wichskuh gesagt. Wäre schlimmer gewesen, oder was? Jo, wäre total schlimmer gewesen. Nein, ich hab keine Freundin, ich werde auch nie eine haben, so. Aber du hattest eine. Ja, und? Ich hatte auch eine. Wow. Kann man jetzt auch wieder darüber zu reden? Wir sind 19 und 21, oder ob du Scheiß nicht. 22, ja, ich bin 22. Hm, sieht schön aus. Was? Hast du Fanskate hingekriegt? Oh, du hast Fanskate hingekriegt. Ich bin stolz auf dich. Ja, schlag dich gleich. Oh, ey. Ich hab übrigens ein bisschen Kuhfleisch hier. Wie ich die Fenster hingebaut habe, ey, ich glaub's nicht. Wo, was, was, was? Ich wollt, ich wollt hier ein Gate hinbauen, weißt du, was ich mach? Hm? God damn it. Anaman. Wo? Hier bei uns. Ist nicht so schlimm. Ja, hier. Ah, äh, er ist weg. Ich schwör dir, der war da. Das ist eine Scheiße. Ich glaub, du hast sie nicht mehr alle. Warum endet das immer dahin, dass wir uns schlagen? So. Was wollt ich jetzt machen? Haben wir noch irgendwelchen Dirt da? Dann gehen wir langsam aus. Warum? Ich denk jedes Mal daran, dass du Scheiße haben willst. Also, nein. Also, weißt du... Dirt, dirt, dirt. Ah, wir haben ja Dirt. Okay. Toolbox nehm ich auch mal mit. Das Eisen wollte ich ablegen, genau. So, es liegen drei Grillfleisch im Dingsofen. Fleisch. Grillfleisch. Grillfleisch. Fleisch. Du hast Fleisch gesagt. Fleisch. So. So. Dann begrenz ich jetzt mal den Rest hier und dann haben wir es auch. Oh, es geht weiter. Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter bauen. Ich mach jetzt einfach mal so. Zack. Zieh ne Linie. Ne sehr unordentliche Linie. Bitte.